Umgebracht, gemordet, geplündert, vergewältigt und alles haben sie hier in der Schweiz geschleppt. Und ab dem 1. August müssten sie dann zurückkommen, weil jeder war ein Bauer damals. Und ja, dann fing die Ernte an. Und dann sind sie zurückgekommen, voll beladen, ihre Pferde und Esel voll beladen mit Raubgut aus Deutschland und Frankreich. Und dann haben sie einmal in die Luft geschossen mit dem Musket und dann sind sie runtergeströmt aus den Bergen und haben den Mord an den Europäern und ihre Kinder gefeiert. Und das machen sie heutzutage noch mit viel Feuerwerk und sie wissen es. Ja, und dann später, dann hat der Schweizer Söldner sein Musket geputzt und eingeschmert mit Schweinefett im Schrank gestellt. Und nachher am 1. Oktober, ungefähr nach dem Oktoberfest, nach der Ernte, weil jeder musste damals mithelfen, natürlich es gab keine Traktoren, sind sie wieder losgezogen in den nächsten Reislauf, um Europa zu terrorisieren. Und darum hat der Schweizer Mann noch immer sein Sturmgewehr zu Hause im Schrank. Das ist eine reine Söldner-Tradition. Und jetzt machen sie natürlich europaweit diese Störmende Banken. Die ziehen sehr reiche Menschen an und dadurch werden keine Steuern mehr bezahlt in Deutschland oder in Frankreich. Und alles kommt auf den Rücken der Armen und Arm wird immer ärmer und reicher wird immer reicher. Ja, das machen die Schweizer. Und erst jetzt kommt es auch auf sie zurück, die Retourkutsche. Da wird groß Armut kommen hier. Das ist hier Bärengraben, so eine Art von Schloss hier. Da ist der Bär, der tanzt. Aber das ist nicht wichtig. Das Volk, die Masse, die guckt da. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist hier. Da ist der Obelisk beim Bärengraben auf Schlüsselposition natürlich wieder. Mit der Erddomination obendrauf. Und das Bündnis, da diese Tücher. Und das ist die Sonne hier rückliefer. So wie immer und überall. Templernation, Schweiz. Okay, wir sind hier in der Gerechtigkeitsgasse. Das ist Frau Justitia aus Rom. Mit dem Wagen und alles. Aber sie kommt eigentlich aus Griechenland und hieß Temis. Aber eigentlich kam sie aus Ägypten und hieß Maat. Und da kommt das Wort Magistrat, kommt daher. Die Bélier, bei denen ich wohne, die haben das mehrmals zerstört. Es ist auch nicht mehr die echte. Und hier ist ein Schild, worauf das steht. Wahrscheinlich nach mutwilliger Zerstörung durch Kopie ersetzt 1988. Wir haben es ein paar Mal haben sie mit dem Traktor, haben sie es umgefahren. Und am letzten Mal 1993, 7. Januar, ist der junge Andreas Bader dabei ums Leben gekommen. Aus meinem Dorf St. Brie in den Freibergen. Gerechtigkeitsgasse in Freimaurer. Ja, das nochmal Maat in die Gerechtigkeitsgasse. Und hier große Pharaoner Präsenz. Hier die Sonne hier auf der Tür. Und hier am Geschäft. Das heißt, wenn ihr auch Pharaoner sind, kauft eure Sachen hier. Hier auch ein Gerechtigkeitsgasse, nochmal ein Obelisk mit dem Bündnis und der Kelch. Und da ist das Rathaus mit Isis, mehrmals abgebildet. Das Verrathaus in Bern. Obelisken überall auf dieser Kirche. Und hier gegenüber in Freimaurer Quartier. Ein Sonnenjirugliefer vertikal. Ganz altes Holz. Das heißt, kauft eure Sachen hier. Ja, jetzt einzoomen. Brunngasse. Da wohnte der Blocher. Als er Bundesrat war. Genau hier gegenüber wohnte der Blocher. Obelisk. Mit Sonnenjirugliefer. Und Knospen, ein sehr alter. Und gerade nebenan die große Freimaurer Loge hier in Bern. Wir haben ihm auch die Wohnung vermittelt. Wir haben ihn überwacht. Ist die ganze Zeit rein und raus gelaufen. Bei denen. Ich habe mehr Zeit da verbracht, als im Bundeshaus. Da Haus der Union. Zwischen Blocher und die Loge drin. Das Templerkreuz. Hier ist er oft essen gegangen. Aha, den kennen wir auch. Hi. Und über die Templer kann man sagen, der letzte Kreuzzug war in 1291. Und Akon, die letzte Bastion der Templer, ist am 18. Mai gefallen. Nur zweieinhalb Monate später, also die Zeit, um zurückzukommen, hat man am 1. August 1291 die Schweiz gegründet und all dem Raubgut, Gold und alles Schätze aus Jerusalem, hat man gerade in die Schweiz gebracht. Ja, und dann schwenken wir und dann sehen wir wieder das da. Genau, genau. Genau, zwischendrin. Und darum haben die Templer, worauf die Freimaurer kommen, die haben das Teil hier in Europa Suisse genannt. Was sie hauptsächlich Französisch gesprochen haben, das war so Englisch wie Englisch jetzt. Und Suisse ist eine Abkürzung für Suisse, Sir Isis, Les Sœurs d'Isis. Und die Alemannen haben das dann Schwiss genannt, Schwester Isis, die Schwester der Isis. Und nachher ist es Schwitz gewonnen, weil auf Altdeutsch schreibt man die S und die Z ähnlich. Und auf der Münze in der Schweiz 10, 12, 20 Rappen und so steht man überall die Isis da drauf. Noch ein Restaurant gegenüber dieser Loge Zimmermania, Bauern, Maurer. Und da oben ist eine Art von Sonnen-Jeruglyph. Friedens-Nobel-Preis. Tja, ab und zu machen sie etwas Gutes für die Namen. Man nennt es Hearts in Mainz, die amerikanische Armee macht das auch in Irak. Die klauen alles Öl, aber sie geben ein paar Kindern eine Spritze und tun Zahnbehandlung nachmachen. Und da denkt das Volk, okay, sie sind noch nicht so böse. Ja, das ist dann die Berner Loge von der anderen Seite. Brauchst nichts mehr zu sagen, oder? So. Ja, nochmal die Kornhausbrücke von Napoleon und da Dreieck der Freimaurer und hier auf dem Kornhausplatz Dreieck der Freimaurer. Und das alles in der Auge wirken. Und da lacht. Hier gerade, gerade hinter dem Kornhausplatz, Obelisken überall. Da auch, neben der Anna auch. Und da ist überall die Isis. Und die Sonne Hieroglypfe. Überall. Natürlich wieder Behörden da. In Behördenpost. In Bern, Verwaltungsgebäude Predigergasse Stadt Bern. Genau, Sonne Hieroglypfe, die Isis. Die Sonne Hieroglypfe und der Obelisk auf dem Waisenhausplatz mit Würdennis und Erddomination neben dem Käfigturm. Waisenhausplatz in Bern. Das Mausplatz Dreieck der Freimaurer und Polizeihauptkommissariat in der Hauptstadt der Schweiz in Bern. Mit da oben da drauf Dreieck der Freimaurer und das alles in der Auge wirken doll. Also gar in blau. Also wie regiert die Schweizer? Nee. Ja, sogar in blau. Und blau ist Lapis Lazuli. Und blau und Gold sind die Farben der pharaonischen Königswürde, sowie die Maske von Dutarch Ammon. Man sieht ja auch da die Weltdomination da drin. Und da ist das Bündnis. Tja, also hier regieren die Schweizer auf keinen Fall. Das ist klar jetzt. Ja, hier haben wir nochmal die Isis, dreimal grad. Und gegenüber ist Foltergefängnis Amthaus. Wir sehen da diese Dreiecke da von den Freimauern. Obelisken, zweimal die Joachim und der Boaz. Das Dreieck der Freimaurer und zweimal die Isis. Und hier werden Menschen zu Tode gefoltert mit O2-Tee. Schon ganz viele Menschen sind hier umgebracht worden. Und ja, durch Sauerstoffmangel. Die O2 ist Sauerstoff. Und die C ist Tortur. Da überall die Sonne hier rückliefert. Da viereckig. Und da ist es rund. Da wo es rund ist, ist auch eine runde Borge. Und da wo es dreieckig, viereckig ist, ist eine Dreieck da oben. Da mehrmals Amthaus da drauf. Wie ein Tempel da mit dieser Säule. Da oben steht nochmal Amthaus. Und durch den Sauerstoffmangel in den Zellen entsteht eine Hypoxie. Das ist ein Sauerstoffmangel in den Geweben. Und dadurch wiederum entsteht eine Glykolise. Das heißt, der Körper, der Organismus muss etwas zu verbrennen haben. Und weil da nicht genügend Sauerstoff ist, zu verbrennen, fängt der Organismus an, spontan die eigene Zucker zu verbrennen. Und entstehen Milchsäure. Und dadurch entsteht eine Laktatazidose, der tödlich ist. Und in Guantanamo, diese armen Typen da, in diesem orange Kleider, die werden auch vor der Kamera gefoltert. Und das ist auch der Grund dafür, dass sie diese Maske vor der Nase haben. Die werden niemals genügend Sauerstoff aufnehmen, um ihr Blut damit zu versorgen. Und die CIA, die sagt, es ist so praktisch und so toll, weil wir können es überall in den Feldern zupassen, mit einer Plastiktüte, mit einem Waterboarding. Der Typ kommt aus dem Wasser, macht... Der wird niemals genügend Sauerstoff aufnehmen, um sein Blut damit zu versorgen. Und diese Art von Folter geht direkt auf den Kopf. Und da ist keine Angst für eine Herzattacke oder so etwas. Oder man nimmt eine... Da ist nochmal die Isis von Ägypten und der Obelisk von Amtshaus, wo ein Mangel von Sauerstoff gefoltert wird. Da hat es nicht genügend Luft da drin. Der Macher vom Film ist da auch schwer gefoltert worden. O2T, Sauerstoffmangel. Die CIA finden es auch so praktisch, mit ein bisschen Klebeband, Plastiktüte oder Waterboarding, in einem Eimer mit Wasser. Da kann man es locker zupassen, überall. Also hier in Bern. Die Heilige Geistkirche gegenüber dem Bahnhof in Bern. Drei Hektar Freimauer. Und vier riesen Obelisken da drauf. Da noch eine auf jeder Ecke. Und hier mit allen so okkulten Zeichen. Das machen nur Obelisken auf einer Kirche. Das kommt von dem Priester von Amun. Und unser Wort Amen kommt daher. Das war's.